m Halli und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Left 4 Dead Custom Campaigns Haunted Forest heißt sie diesmal wir sind ja aber eher im Haunted Mansion mit richtig billigen Grusel-Effekten hier aber ich finde sie ganz witzig ne wie seht ihr das sie heute ganz cool gemacht oder vor allem die fliegende Lampe eben oh die war geil die war geil die hatte es die das war das Gruseligste von allem Fazead und Benno sind natürlich wieder am Start hier natürlich Hallöchen die du siehst das jetzt ohne uns durch er ich weiß euch aus spieler Leine wer ist denn das ist doch mein Geil schon mal hier das ist mein Geilsteil das ist echt gut ja und hier auch ein Miss Videogames mit Sonic das ist geil dass das wäre natürlich schlimm wenn man keine Spiele mehr spielen könnte während der Zombie-Apalypse aber ich habe die richtige Hardcore Gamer die würden sich davon auch abhalten lassen es ist ja witzig schau mal hierher die hat er hat gar keinen richtigen Abspann sondern alle Leute Special Thanks und die hat er alle hier an die Wand gepinselt das ist auch gut oh jetzt sind wir ja wirklich voll in der Kloake oder was ja jetzt geht es wahrscheinlich in den Weinkeller oder so oh ja und dann kommt noch der Gripper und Co und dann so Prozent du willst wahrscheinlich mal drücken oder hallo endlich mal wieder eine menschliche Stimme und was meinte er geht es jetzt los oder was das gleiche wie immer ja hallo das ist wieder Menschen Prozent wir kommen gleich und es stimmt die Annoge sind immer dieselben nur weiß Bescheid in einer Stunde in einer halben weiß ich nicht kann auch ein Tag mehr so das gleiche wie immer wir müssen uns einen Weg zum Hubschrauber bahnen Juhu Hubschrauber wäre ja langweilig Innovation ist scheiße vielleicht erben wir einfach alle das wäre auch cool irgendwie das würde zumindest mal die Folge ein bisschen länger machen die ersten beiden waren erstaunlich lang und dann war die letzte so kurz aber wir haben erstaunlich oft gut überlebt also knapp überlebt aber überlebt ja stimmt auch die ersten beiden Teile der Kampagne waren ja auch heftig nein wir waren gut wir waren einfach zu dein das war blöd von mir und ich sag nur wir sind gut und wie sich gegen den Boomer oh nein ihr seid gut du hast dich ausgenommen ach so ja ja gut stimmt so ich geh wieder mit meinem Mini Jagdmesser Taschenmesser hier hinten rum das ist echt geil wie ihr halt alle noch voll Boomer Zeug seid und nicht gar nicht ja kann man aber auch gut tragen also hat es hier ist das ist die neue Mode bei Heidi Klum mein neues Verfahren na warte schnell weg weg los rettet mich was hast du da hinten sorry sorry dass wir dich in äh weil ich liege und im Spit liege ich das freut mich das ist so ein Thema wir spielen so gut natürlich ich sterbe jetzt auch mach du rechts hast den da liegt ne Axt mitten in der Luft oh das tut gut oh haben wir es ja jetzt bald mal mann 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 rechts kommen noch zwei so da oben haben wir immer noch welche äh müssen wir da runter springen ich denk mal nicht ne pff jetzt sind wir dann erstmal schön tot aber wir hätten lang keinen Bug mehr oder mhm das wird mal wieder Zeit für einen ja das wird wieder Zeit so ein spaßiger Bug pfff vielleicht war die Lampe eben auch nur ein Bug pff ich würde eigentlich stehen bleiben oh ich hab dem ich hab den Sommi gerade so den Kopf zersplattert nein Charger 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 oh der läuft rückwärts hier wir stehen ich hab mir erst mit dem Messer umgelegt mann 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 sag mal wie seid ihr ach da ist wieder eine Leiter ich sehe die Leitern hier nee die sind aber auch schwer zu erkennen das sind ja nur diese komischen Sprossen da ne so du bist schon wieder da vorne immer wenn ich vorrenne endet das in einer schlechten Situation so komm hier oh das hat sich nicht gelohnt ich dachte da kämen noch ein paar aus den Ecken gekrochen aber nein ey versuch mal auf Adrenalin irgendwie so ein Jump in Run Ding zu machen das ist ja oh ich bin die ganze Zeit daneben oh hier liegt Muni Gott sei Dank oh oh was machst du denn da immer ah Jockey ich bin grad wieder gejoint von meinem Verbindungsfehler und dann seh ich bloß noch hey du hast ein Jockey auf dir drauf mann 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 was man alles auf dich lässt ey ich lass mich ja gern bespringen ja aber nicht mitten in der Zombie-Apokalypse und vor allem die Rentie die ist das Urkriebe haben kann man mal vorbei die Warte zum Wissen der Einer musste ja auch wollen solche Ball so ein Kanister angeschossen ja war gut ja ich gebe es zu ich wollte mir die Spritzen klauen und er hat mich dafür bestraft die Füße jetzt sind die Wörter von Vorbeiratung hier gibt's doch nicht so ich glaub ich bleib mal hinter dir ne Haa nekda ja und danke kann ich gebrauchen wir wollen den Arm abgeschossen wir müssen uns jetzt so ne Reihenfolge machen wer ganz hinten läuft und wer ne ne ja einer ist der 26 Leben ich geh vor einer ist der Stürmer der andere ist der der im Rückendeckung gibt wir machen jetzt richtig professionelles Gameplay mhm natürlich professionell ja im letzten Part im letzten Part wird's mal professionell na komm der die dritte also ich würd mal sagen es ist der letzte oder kommt da noch einer ne ne das ist das Finale seitdem wir verkacken jetzt hätt ich auch mal wieder Lust drauf nein 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 wir legen alles dran dass wir das schaffen jetzt und ich hätt mal wieder Lust zu verkacken ja dann mach das dann mach das mal alleine ohne uns gehen ne doch geht es gibt es noch nicht ich bin ganz ehrlich wieso bin ich jetzt auf einmal wieder Lieblingsopfer aus Mokern wir haben wollen wenn du mal was Neues irgendwie war er sind da musste erst mal treffen aus der Entfernung ich habe immer nur so Mokern ich weiß nicht mann ich wollte es geht doch mal da weg jetzt wird auch mal auf Benno an der Angel LED also ich hätte fast die Körnerin mich angeschossen wenn ich so weiter äh wir müssen wir es eigentlich in der Hochschule werden nur und das war Leiter und die Leiter sieht man nicht ohne Scheiß wie er ja 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 noch mit Paulus seit ich gebe dir auch die Kumpel das ist nett durch ihn wenn auch mal kurz heilen aber das geht schon ich hab mein eigenes mit okay mit deinem Namen drauf ja das steht mein Name drauf aber auch schon wieder Smoker das gibt's doch nicht äh hier oben ist sauviel äh Leute ich hab nen Smoker ne tja den kannst du ruhig spalten ich mag den aber nicht so ne ich komm ja schon wir sind ja nicht so wir wollen dich ja nicht alleine lassen oh scheiße alter Tank bitte sehr der Herr nicht ein Tank ich hab nur noch 26 Schuss nein ich hab 88 Schuss aber nein oh Mann hier ist da oben ist ein Sniper deal boah so jetzt aber okay das bekomme ich dafür wenn ich einem helfe ja nichts als hohen aber hier sind vier hier oben sind vier Medi-Packs wer eins braucht halt sich nennen so ich glaube es kommt auch irgendwas richtig krasses beim Finale äh wo ist ne Jockey hier mal so ob ich schon ein richtiger Schocker oder was nee aber so richtig viele Gegner meint ich na mein Gott hier ist das Finale draußen ist der Heli Benno sicher da muss jetzt gleich ein richtiger äh noch eine richtige Masse kommen sonst hätten wir nicht vier Medi-Packs kommen äh ist da noch eins ach ich halte mich jetzt einfach mal äh warte ich dir mal einen Moment wir gehen wieder in den Haunted Forest ein oh der Boomer hat aber viel mitgenommen äh ich komm dann gleich ne oh weia ja okay so lange du da hinten nicht vom Jockey besprungen wirst ne den hört man eigentlich nur der Rochelle muss ich da schon in acht nehmen ansonsten müsste gleich wieder Futter hier ach die kann auch sich selbst aufpassen ach du bist ja schon wieder da toll jetzt hier ist noch das Gewehr leer und jetzt hab ich keine Muni mehr mann so ach was nix mit so da neue Waffen jetzt ist der da reingezogen worden ok guck dich nein so oh hier geht aber auch wieder ne richtig schöne Party ab ne das ist bestimmt eine Grillparty Dampftier du schön mit dem Achete einmal hier durchschnetzeln scheiße ey ey das war ne Grillparty vermischt ich mache es einfach nur wieder im Minimesser hier wohl ganz im Bildschirm ist rot bei mir bei mir war da grün oh jetzt ist er grün ey zwei Boomer hat ineinander was hab ich mein Opfer man 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 wenigstens siehst du sein oh oh wo seid ihr nicht in die Kassel da oh das gibt's doch nicht verlieben ja das meinte ich übrigens mit so einem übelsten Finale sehr blutig auf jeden Fall so viel kann ich nochmal sagen nein da kommen wir nochmal welche da müssen wir nur kurz wieder die deutsche Version drauf ziehen und schon ist alles sauber oh ja super wer hat da drauf geschossen oh 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 das war nicht schlecht aber ich stand daneben schämt euch ey das muss man sich auch merken wenn man ganz viele Leichen irgendwie vor der Tür hat oder so aus irgendeinem Zufall da muss man einfach die deutsche Version drauf ziehen und alles dann weg natürlich ah scheiße bitte der Mann ist das in dem Prinzip hier das ist gleich gar nichts mehr ich sehe auch gleich gar nicht mehr was tut warum wir wollen wir den ganzen Weg hier frei so eine Veränderung ich habe erwischt die Partei ein Jahr geworfen war nur ein Wett und die Verbrauchten ich nicht also ich glaube das ist ein Smoker ich habe irgendwie in der Hand nähe ist hier ein steigungsdienst hier noch ein schöner Friedhof textiert ich will aber noch nicht gehen Filz holen wo ist das sehr lustig auf jeden Fall ich glaube die Mariene gefällt mir aber da nehme ich jetzt auch mal die Feuerwehr Axt äh Charger und das ist immer cool wie die Köpfe hier rollen ich mach können wir einmal Fußball spielen ich habe noch einen Pipebomb da gewonnen gewonnen Scheiße ey ich werde gezogen und liege da im Spit bin angekotzt und alle Zombies sind um mich rum ich glaube es ist logisch dass ich Daumen bin oder ich würde sagen wir verkacken jetzt am Ende nochmal oder Boah ey das ist ja Tank Tank auch noch Tank Mann 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 Wollte nicht lieber abhauen ey ganz ehrlich hieß es nicht dass der Heli schon da ist Nein das ist ein Boot hinten ich liege auch versucht mal wegzulaufen ich glaube der Heli ist schon da wenn ich das richtig verstanden habe ist kein Heli das ist ein Boot ist ein Boot Boot? Heli sei egal dann einfach weg naja wobei okay jetzt geht sogar nein ich glaube ich bin tot nein oh oh Tja der Peser ist halt uns wohl verlassen Tja es tut mir leid Tja es tut mir leid ja ich glaube dann bricht uns mal ich kann hier nicht raus Alter ne so ich bin da ja schön dass ihr beide es geschafft habt ich habe Verbindungsfehler wartet kurz ne ne nichts warten geht weg nichts zu warten hier ich habe sogar medikit nein ja komm dann mach dir das halt zu zweit komm ne ich komm ich schaffs noch ich schaffs noch schaffst du es noch? ja immerhin nein ich werde gezogen ich werde gezogen weg geht weg oh ne ich habe jetzt echt nen Tank nein so der Tank ist tot wow geht einfach aufs Boot ich habe hier nen Smoker ich komme nicht weg wir sind schon auf dem Boot aber du musst entweder sterben oder ja ok dann opfer ich mich ja ich opfer mich Leute dabei hatte ich sogar noch nen Healthpack gefunden ah ich bin der einzige Überlebende tja ne so Ego befriedigt Benno das war Outed Forest liebe Freunde tja 50% haben es geschafft 50% haben es geschafft zum gedenken an KZ der Erde und Dagi tschüss ach der ist jetzt auch noch gestorben oh nein verstorben 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 als Coach ja sehr erfolgreich auf jeden Fall der Fette hat überlebt das gibt es ja gar nicht tja so ich habe 1 Stunde 13 null Todesfälle und ihr alle oh ich bin so gut einfach nur aber ich war neunmal außer gefecht neunmal Junge also nix hier neun Verbandszeug woher woher Junge ich hab 3 jetzt wissen wir auch wer sich das immer geschnappt hat ja und ich modz noch hä habt ihr nix mehr für mich da gelassen schade hier 198 Nahkampfkills für dich danke freut mich sehr schön sehr schön wo sind denn die ach so die Gesamtkills kommen ja noch die kommen am Ende noch boah schaut mal wie viele Specialinfekte das auf dem 900 755 583 und 555 eine Schnappszahl herzlichen Glückwunsch ja eben zumindest eine Schnappszahl das wolltest du doch schaffen oder das war dein Ziel für heute aber wir haben zwei wenigsten Verbündeten getroffen ja achso normalerweise beschütze ich viel mehr ich hab vier Witches gestorben ja freunde da nehmt euch mal äh ein Beispiel dran ja komm die ich normalerweise auch besser wir haben 2 2000 ey das ist voll wenig 2907 Zombies naja es war es waren nicht besonders große Maps und es waren bloß 4 Stück also aber es war auf jeden Fall mal unterhaltsam hat echt Spaß gemacht ja ich fand es auch witzig vor allem hab ich gedacht das wird ja naja weiß nicht aber fand ich geil tja war cool vor allem die tollen Schocker müssen wir uns mal überlegen was wir als nächstes im Map spielen mhm ach da findet sich was die haben wir ja auch eigentlich eher zufällig gefunden irgendwann kommt da schon was naja da schauen wir mal irgendwie irgendwann irgendwann irgendwo wie was weiß ich na gut ich bin auf jeden Fall für eine nächstes Mal mit 5 Maps mindestens ja und auch fortgeschritten auf jeden Fall natürlich äh ja ja ignoriert mich hallo wir sind es sind grad 3 gestorben also du bist alleine entkommen ne deswegen ja aber natürlich noch ein bisschen schwieriger natürlich also in der nächsten Folge werden wir auf äh Profi spielen mhm was ich genug gefordert habe ja ja äh Benno träum mal schön ja ey du hast doch gesehen wie schwer das am Anfang war wenn dann gleich auf äh Experte auf jeden Fall Experte genau wenn dann gleich auf Experte ja natürlich let's fail left for that äh ob das dann einmal einer sehen will ich bezweifle es mal in der zehnten Folge sind wir noch bei der ersten Map hihihi 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 äh naja naja gut dann dann war es das wohl bedanken wir uns fürs zuschauen genau bedanken wir uns bei der to- für die tolle Map für die entwick- bei den entwicklern bedanken wir uns natürlich freuen wir uns auch dass wieder das alte Besatzung hihihi für die schwebende Lampe wollte ich mich nochmal bedanken ja und die Bücher natürlich das war mein Highlight das aus dem Safe-Raum zu verfolgen diese schwebende Lampe das war das war da hätte ich Tage stehen können ja richtig es hatte so eine hypnotisierende Wirkung vielleicht kommt ja nochmal ins Bächel wo wir eine Stunde die Lampe verfolgen let's let's look let's watch let's look at the Lampe hihihi 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 bis- bis zum nächsten Mal wenn wir irgendwie eine neue Map mal gefunden haben mal gucken was da so kommt aber es gibt wahrscheinlich noch die ein oder andere die uns gefallen wird oder? ich glaub da gibt's noch tausende ja und notfalls selbst bei Trash-Maps werden wir unseren Spaß haben beim Failen oder Gewinnen je nachdem oder ihr schreibt einfach mal in die Kommentare falls ihr noch irgendeine Map kennt die echt gut ist dann würden wir uns die vielleicht mal genauer angucken ich hätte auch mal irgendwie auf eine Lust äh Lust auf eine Map die nicht unbedingt eine Kampagne ist sondern auch so einzelne Maps weißt du mhm ja gibt's ja auch können wir aktiviert auch mal machen ja schauen wir dann mal was da noch so gibt's ach da gibt's noch einiges nein da werden wir schon was finden genau ok ok auf Wiedersehen ihr habt euch wohl einen wunderschönen weiteren Lebensweg viel Glück in der Schule, Beruf, was weiß ich mögen die Sterne gut für euch stehen und der liebe Herrgert auf euch herabschauen hört nicht auf ihn, das ist schon gut mhm genau hört nicht auf ihn ok gut ja in dem Sinne dann schaut einfach die nächste Kommentare an mir ignoriert mich tschüss tschüss servus